Moin Moin und Herzlich Willkommen zurück mein Name ist Theorim ja es geht weiter mit Minecraft Juhu In dieser komische Schlucht habe ich erst mein Grab geöffnet Und ich will noch nicht lange hier bleiben Darum auch schnell nach oben Schnell nach oben Da bin ich wirklich runter geknallt Menschlingskinder So 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 Super Denn Geht es hier weiter Nicht So und hier soll Och Und hier soll also Noch was hin gebaut werden So Okay Lass uns mal die Schippe holen Ein bisschen zubauen Guck mal Das brauche ich noch gar nicht zubauen hier So So Aber wie hoch äh wie breit das sein soll Weiß ich auch nicht Lass mich mal Lass mich mal Hier so machen Euch als feste Blicke Ja Schick sieht es nicht aus Aber Hauptsache es funktioniert Ne Ähm Mal ein paar Bruchsteine auch hin Mal ein paar Bruchsteine auch hin So 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 ne Mach ich jetzt da eine kleine Grube Oder lass mich erst mal eine gerade machen Aber Hm Jetzt muss ich dich schon wieder wussten ne Immer wenn ich aufnehme I'm sorry ne Da bin ich wieder Jedes Mal Jedes Mal Gibt es irgendwie auch was anderes hiervon Wie sieht das aus? Ich mach das mal Äh Schüssel Okay Lass mich mal bitte dich einmal ausprobieren Lass mich mal bitte dich einmal ausprobieren Ich höre komisch Geräusche hier Puh So Lass uns mal angucken Jo Bin ich zufrieden Ähm Wäre ich fast wieder runtergeknallt Ähm Ähm Ne Du kannst weg Ähm Dich Ich kann mal sehen Dich Dich Okay, jetzt muss ich nochmal anziehen und nochmal ein bisschen schüsseln, wenn es geht. Bisschen meißeln. So, ja, so sieht es gut aus. Können wir euch irgendwie noch zusammensetzen? Können wir euch noch irgendwie zusammensetzen? Ne, schade, okay, ähm, jo, bin ich damit einverstanden. Guck mal, die Sonne geht runter, das ist schön. Ähm, können wir jetzt schon schlafen? Schön. Ja, Prost. Was habe ich hier eigentlich eingesteckt? Eisen, okay. Ähm, 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 gut, haben wir noch, haben wir noch. Mhm. Mhm. Nein. Ach. Ja. Mhm. Ähm, älgerlich. Hä? Ach so. Du bringst dich nicht. Egal. 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 Ich kann mal nochmal umschüsseln. Vielleicht. Den ich vielleicht nochmal. So geht's auch, ne? So geht's auch, ne? Und bitte, bitte. Ich kann mal umschließen. So. Ich kann mal umschließen. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier kommt bald alle weg. Ähm, ähm, oh, hier. Ich weiß bloß nicht, ob ich das so hoch haben will. Nee, glaube ich, ein bisschen zu hoch, oder? Hm. Ach, hm. Warte mal, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh Gott. Eins, zwei, drei. Hm. 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 Ich weiß das nicht, ich weiß das nicht. Wie mach ich denn das jetzt? Wenn ich jetzt noch eine Höhe mache. Na, boah, du drauf. Geht das hier oben nicht. Das ist das Maximum. Das ist das Maximum. Hm. Ähm. Ähm, drei hoch. Drei hoch muss das schon sein. Eins, zwei, drei. Peng. Eins, zwei, drei. Peng. Eins, zwei, drei. Boah, da kann man so schlecht ziehen. Zwei, drei. Da, nein. Drei. So sieht's gut aus. So sieht's gut aus. Ich denke schon, oder? Oder, oder? So, ne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genau. So lass ich das. Hm. Ja, ja, so sieht gut aus. Das verkehrt. Kann ich da irgendwie hochkommen? Vernünftig hochkommen, bitte. Danke. Danke. Okay. Sek, sek, sek. Sek, 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 sek. Sek, sek. Sek, sek. Sek, sek. Oh. Ähm, lass mich erstmal hier so machen. Erstmal. Dich. 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 Oh no... Gut. Ich würde mal sagen, für diese Folge reicht es... Oh, meine Stimme geht weg. Ähm... Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ähm... Wir sehen uns in der nächsten Folge bestimmt wieder, ne? Genau. Und dann wünsche ich dir bis dahin noch einen schönen Tag. Bis dahin. Bye-bye.